Hallo, ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Epochen-Video von mir. Wir befinden uns immer noch im Neolithikum. Wir sind jetzt heute im Jung- bis Spät-Neolithikum. Wir bewegen uns in einem Zeitraum zwischen 3100 v. Chr. und 2650 v. Chr. Und heute werden wir uns die Kugel am Foren Kultur anschauen. Dazu habe ich euch wieder einmal eine Karte mitgebracht. Und da sehen wir verschiedene Kulturräume aus der Epoche eingezeichnet. Einmal hier groß die Schnurkeramika. Und genau in den Schnurkeramikern drin ist die Kugel am Foren Kultur. Sie breitet sich von der Ukraine bis hier oben in Nord- und Mitteldeutschland aus. Und das Hauptverbreitungsgebiet finden wir hier. Das Kerngebiet ist in Polen. Kommen wir zu den Häusern und zu den Siedlungen. Es wurden aus der Kultur nur sehr wenige Hausgrundrisse gefunden oder grundsätzlich nur sehr wenige Siedlungsgrundrisse gefunden. Meistens hatten die Siedlungen aber einen natürlich geschützten Ort, an dem sie gesiedelt haben. Das können Berghänge sein oder Bergkämme sein. Jedoch war keine Siedlung, die bisher gefunden wurde, über 200 Meter über Normal Null. Also wir finden diese Kultur nicht in bergigen Gegenden. Die Häuser haben wir wie gesagt relativ wenige gefunden. Da habe ich euch jetzt hier einen Grubenbefund mal mitgebracht aus Gerritz, aus einer Notgrabung, aus einer Rettungsgrabung stammt der. Ich habe da leider keine besseren Bilder zu gefunden. Aber das hier ist ein Grubenbefund aus einer Siedlung beziehungsweise aus Teilen einer Siedlung, die gefunden wurde. Da wurden kleinere Wirtschaftsgebäude gefunden. Das waren Gebäude mit sechs Pfosten und einer Grundfläche von ca. 2x3 Metern. Also relativ klein. Die normalen Wohnhäuser, da können wir leider noch nicht allzu viel zu sagen. Wir haben definitiv bei Gerritz einen größeren Grundriss gefunden. Das ist ein mehrschäfiger Grundriss mit Doppelfostenstellung. Das haben wir jetzt in Gerritz gefunden. Das heißt nicht, dass die überall diese Häuser hatten. Jedoch ist anzunehmen, dass ähnliche Häuser oder wirklich diese Häuser die verbreitete Häuserform in dem Kulturkreis waren. Jedoch fehlen uns dafür noch die nötigen archäologischen Beweise, um das ganz nachvollziehen zu können. So, dann kommen wir auch schon zu der Keramik. Wie der Name schon sagt, die Kugelamphorenkultur. Das heißt, irgendwas muss das mit Kugelamphoren zu tun haben. Und genau das ist das hier. Die Kugelamphoren sind die große Leitform der keramischen Entwicklung der Epoche. Da haben wir hier einmal ein Sortiment von charakteristischen Gefäßen. Und die orientieren sich alle an der Grundform der Kugelamphora. Wir haben immer diese recht bauchigen Körper. Wir haben Henkel meistens. Manchmal haben wir auch hier so größere Bandhenkel. Aber häufig haben wir eher ösenartige Henkel am Halsansatz oder am Hals der Amphora oder der Amphora nachempfundenen Gefäße. Und unsere Gefäße sind am Hals immer verziert. Da sehen wir jetzt hier nochmal ein Paradebeispiel der Kugelamphoren. Das kann man hier ganz klar als Kugelamphore ansprechen. Wir haben den verzierten Hals. Das hat hier ein Zickzack- oder vielleicht Schuppenmuster. Wir haben hier noch Bänder, die eingeritzt sind. Und zwar senkrecht in das Keramikstück. Die Schuppen, die hier oben zu sehen sind, kann gut möglich sein, dass damit tatsächlich Fischschuppen wiedergegeben werden, da wir in der Kugelamphorenkultur häufig Nachweise für Fischfang finden. Das heißt, wir haben nicht nur Ackerbau und Jagd als Nahrungsgrundlage, sondern auch den Fischfang. Das liegt hier dann nahe, dass das auch eben solche Fischschuppen sind. Kommen wir zu den Werkzeugen. Bei den Werkzeugen haben wir jetzt hier einmal sehr charakteristisch für die Epoche eine besondere Art der Axt. Das hier sind die sogenannten Nackenkamm-Äxte. Die sind entstanden aus einer Vermischung von zwei verschiedenen Axtypen. Und zwar mitteleuropäische Äxte und nordische Doppel-Axt-Varianten scheinen hier miteinander verschmolzen worden zu sein, um dann eben diese Nackenkamm-Äxte zu bilden. Eine interessante Form, die wir hier auch häufig finden, ist das hier. Das ist ein Silex-Meißel zur Steinbearbeitung, unter anderem gedacht. Das finden wir auch häufiger in der Kugelamphorenkultur. Wir finden natürlich weiterhin auch Silex-Klingen, Abschläge und auch Beile aus Silex. Das haben wir ja auch schon in den Kulturen zuvor. Und in den folgenden Kulturen werden wir auch noch weiterhin häufig Silex finden. Wir haben hier aber auch polierte Beile aus Feldsteinen. Die haben wir ja beim letzten Mal schon bei der Salzmündekultur gesehen. Die sind jetzt hier anders verziert oder eher gar nicht verziert. Aber so habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie dann die polierten Steinexte aussehen können. Natürlich wurden hier auch weiterhin Geweihe und Knochen als Werkzeuge verwendet. Darauf muss ich jetzt aber nicht weiter eingehen, dass sich das nicht wirklich verändert hat. Kommen wir auch schon zu den Bestattungen. Da habe ich euch jetzt hier eine ganz besondere Bestattung mitgebracht. Die Bestattung des sogenannten Rinderbaron von Westerhausen. Das ist eine sehr reiche Bestattung, eine sehr aufwendige Bestattung. Und die verdeutlicht, dass die bestattete Person, in diesem Fall ist es ein circa 40 Jahre alter Mann, deshalb Baron, er muss eine besondere Stellung in der Gesellschaft gehabt haben, damit nach seinem Tod sich die Leute einen solchen Aufwand gemacht haben, ihn so prunkvoll zu bestatten. Die Beigaben, die bei ihm selbst in seinem Grab beigesetzt wurden, das war ein Steinkistengrab. Und man hat ihm Steinbeile mitgegeben, Geweihämmer, ein Eberkiefer, verschiedenste Keramik, das sehen wir hier. Und dann auch noch Flintabschläge und Schneckenschmuckstücke, also aus Schneckenhäusern Schmuckstücke. Und das war es noch nicht ganz mit den Grabbeigaben. In seinem Grab ist mehr nicht beigelegt worden, aber dafür haben wir andere Bestattungen direkt daneben gefunden, die wir mit diesem Grab in Verbindung bringen. Und das sind diese zwei Gräber. In diesem Grab finden sich fünf Rinderskelette und in diesem zwei. Deshalb eben der Rinderbaron. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Wohlstand dieser Kultur, beziehungsweise der Oberschicht dieses Kulturraums eben über Rinderhaltung, über Viehhaltung generiert wird. Und dieser Mann, dieser Rinderbaron, war wohl ein reicher Viehzüchter oder Viehhändler und hatte dementsprechend eine außerordentliche Rolle in der Gesellschaft inne. Und damit bin ich dann jetzt am Ende. Es freut mich, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr jetzt meinen Kanal abonniert und vielleicht ein Like da lasst. Da freue ich mich immer sehr drüber. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Und die werde ich natürlich dort dann beantworten oder wenn es nötig ist, ein weiteres Video dazu machen.